Corona ist eine reine Menschenverarschung. I am Corona. Ich bin Corona-Mann und werde die Welt vor Corona retten. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen notwendig war, gesagt worden, dass, wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll. Ich weiß, wo der Raus geht, Mönchchen. Und deshalb haben wir heute zusätzlich zu der Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern auch verabredet zwischen Bund und Ländern, dass ein Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern dem folgen sollte. Corona-Mann, hilf uns! Die Regierung verarscht uns! Ich werde diese Regeln gestoppen, was immer nötig ist, was immer nötig ist. I am Corona-Mann! Ich werde diese Regeln gestoppen, was immer nötig ist.